Nein, der hat mich noch erwischt. So, komm, hol das Vieh zu dir zurück. Okay, du hast es dir zurückgeholt. So. Okay, ausweichen, 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 ausweichen. Dich zu besiegen. Au. Ja, da kam er das letzte Mal, dass ich wieder vergessen habe. Öffne dein Herz. So, mein letztes Leben. Wobei, hättest du wohl gern. Ich kann es noch öfter. So, weg mit dir. Schnell heilen. Jawohl, war noch geheilt. Einfach so zur Sicherheit, damit ich voll bin. Das hat doch mit Sicherheit noch nicht der Endboss. Da kommt doch noch was. Das war mir viel zu einfach. Aber so langsam wird es doch ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Siehe den Abgrund. In ihm liegt das Herz aller Welten. Dass ich ihn so oft besiegen muss. Kingdom Hearts. Sieh genau hin. Du wirst nicht den winzigsten Lichtschimmer erblicken. Aus diesen finsteren Tiefen entspringen alle Herzen. Selbst deines. Dunkelheit. Lasse die Welten versinken. Was ist das denn jetzt? Wow. Ein riesiges Schiff oder was? Mit einem riesigen Ritter oben drauf. Oh. Du gibst schon auf? Komm, Sora. Ich dachte, du wärst ein bisschen stärker. Wieder alleine. Zurück in die Dunkelheit. Du bist verdammt groß, muss ich dir sagen. Wow. Du bist wirklich verdammt groß. Ich bin grad mal so groß wie ein Arm von hier. Das selben konnte ich noch gut die Angriffen blocken. Zurück in die Dunkelheit. Wo ist die Dunkelheit in eurem Herzen? Komm. Ah. Okay. Okay, vielleicht willst du mal ein bisschen mehr mit Taktik arbeiten. Aua. Zurück in die Dunkelheit. Komm mit dir. Vier Schläge. Vier Schläge. Okay. So. So, einmal kurze Magie wieder auffüllen. Ich bin alleine, falls du nicht bemerkt hast. Du hast mich extra von meinen Freunden getrennt dafür. Na, ich stehe nicht so auf Dunkelheit. Ich mag das Licht. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich stehe ich auf Dunkelheit. super mit dir. Na, komm. Alles nicht Feuer. Alles nicht Feuer. Alles nicht Feuer. Alles nicht Feuer. Wieso verwirrt? Mir geht's super. So, und was kommt jetzt? Also ich hätte keinen Donut und einen Bufi wieder zurück. Das hat's gut gebracht. Also? Hallo? Ja? Ich suche meine Freunde, habt ihr sie gesehen? Boah, ich hasse dieses Fliegen. Wobei, ich habe mir noch ein Finalelixier rein und dann geht es wieder hin. Na, wer ist das nächste Ziel? Oh. Da komme ich doch nicht immer so weg. Was P tyooo? Weis two! So easy! Weis two! so was hat das jetzt gebracht muss er wieder da reinfliegen und wo ist denn das sollte da reinfliegen oder so schattendimension ja so muss jetzt mal ganz viel magie wieder da ist ja noch einer mega etwa bekommen so da haben wir schon mal Donald, äh ich meine Gufi wieder jetzt möchte ich auch Donald wieder haben jetzt muss ich den Kopf kaputt machen ja komm mach die Fresse auf wenn du das such Donald in dir so hier plop 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 fehlt nicht mehr viel so das sind wir auch weg ja nun da reinfliegen jo war klar schattendimension und hier gibt es wahrscheinlich Donald und weg und wir sind alle wieder vollständig und glücklich so geht es jetzt mal so wirklich mal einen richtigen Endkampf bitte so Kopf kaputt was bleibt jetzt noch das muss wahrscheinlich dort an den Kern oder der guckt schon so komisch landen landen so dann machen wir das Ding einfach einfach haut drauf Methode irgendwas hab ich da grad geblockt glaube ich so und komm letzter Schlag ist jetzt kaputt oh ich lass es hier weiter ne muss ich doch nicht gut das Ding ist kaputt so was ist jetzt passiert was muss ich jetzt als nächstes kaputt machen jetzt ist er wieder dran oder wie alles fähig sei er mit 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 mit